ja hallo und herzlich willkommen hier auf meinem youtube kanal smart erklärt ausrufezeichen schön dass du wieder eingeschaltet hast und meinen kanal wieder gefunden hast ja heute gibt es ein besonderes video ich möchte mich ganz ganz recht herzlich bei dir und bei allen anderen bedanken denn ich habe 10.000 abonnenten voll bekommen da freue ich mich riesig drüber also ist unvorstellbar ist für mich eine ganz ganz tolle sache weil das zeigt mir nämlich dass ich alles richtig mache und dass euch meine videos gefallen mittlerweile bekomme ich aus der ganzen welt dankes e mails und dankeschreiben wo sich die smart fans bei mir bedanken dass ich so schöne video anleitungen mache und die auch kostenlos zur verfügung stelle ja das ist eine ganz tolle geschichte weil da freue ich mich natürlich auch riesig drüber dass euch meine videos so gefallen und das auf der ganzen welt also das ist sagenhaft selbst aus paraguay glaube ich habe ich schon nachrichten bekommen finde ich super mein youtube kanal ist ja eigentlich nur dadurch entstanden dass ich meine zeit in meinem leben hatte wo ich ziemlich krank war das weiß nicht lebensbedrohlich aber es hat mich sehr sehr eingeschränkt in meinem arbeitsleben und auch im privatleben dadurch hat so viel zeit und ja konnte offiziell nicht arbeiten auch nicht nebenbei ist dagegen nichts aber ich wollte mich ein bisschen beschäftigen und habe versucht was möglich war und da kam ich halt drauf mal am smart umzuschrauben und eigentlich sollten diese videos nur für mich sein und aber ich habe dann festgestellt dass es in der smart szene auch ganz viele leute gibt die halt nicht so viel geld haben und da habe ich mir gedacht komm stellst du denen mal auch die hilfestellungen die videos eben zur verfügung ja tatsächlich das ist sehr sehr gut angekommen deswegen 10.000 abonnenten super ja und youtube hat mir jetzt mitgeteilt dass es jetzt eine neue funktion gibt bzw die ich jetzt freischalten kann für euch weil viele von euch haben mich auch oft gefragt ob sie mir auch mal was gutes tun können als kleines dankeschön mich mal zu einem kaffee einladen oder zu einer cola einladen das ist natürlich immer ein bisschen schwierig das persönlich zu gestalten aber es gibt jetzt diese funktion die habe ich jetzt hier unten drunter unter den videos freigeschaltet die nennt sich super sanks also super dankeschön da könnt ihr gerne mal draufklicken und dann könnt ihr mich mal zum kaffee oder zu einer cola einladen indem ihr mir was weiß ich zwei oder fünf euro mal zukommen lasst würde mich auch darüber freuen als kleine anerkennung aber es ist natürlich kein muss aber die funktion gibt es jetzt könnt ihr hier unten drunter sehen ja ja und demnächst wird es auch wieder neue videos von mir geben wo ich auch mal irgendwelche sachen repariere in planung habe ich jetzt wie man so einen anlass mal zerlegt und sich mal angucken kann bzw auch vielleicht noch mal zum leben erwecken kann wie gesagt im moment habe ich halt nicht ganz so viel zeit dafür aber das kommt wieder ihr wisst ja noch wie ich angefangen habe kann man hier sehen es ging eigentlich los mit nadia show und ja wie ich eben schon sagte die habe ich eigentlich nur für mich gemacht damit ich meine teile auch wieder zusammenbauen kann und sowas alles naja gut so hat das ganze eben angefangen und hat sich jetzt halt so schön entwickelt dass jetzt vernünftige videos auch gibt und ja wie gesagt ich freue mich ganz ganz riesig dass ich 10.000 abonnenten bekommen habe und immer daumen hoch bekomme von euch vielen vielen dank nochmal dafür und bleibt dran und empfiehlt mich doch bitte weiter auch mit daumen hoch und alles dass es so weiter geht also wir sehen uns dann bei meinem nächsten video bis dann ciao